Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Interview und mein Interviewgast ist Fredi Giegele. Es wird eine ganz außergewöhnliche Podcast-Folge diesmal. Fredi hat eine gewisse Nähe zu mir, zu meiner Familie und ich habe ein tolles Gespräch gehabt, aber alles das erfahrt ihr jetzt im folgenden Gespräch und es passiert im Podcast eine echt lustige Situation. Das, was wir Podcaster uns immer wünschen. Also seid gespannt mit meinem heutigen Gesprächspartner Fredi Giegele. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Fredi, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Du bist auch viel beschäftigt. Wir haben schon mal einen Anlauf probiert. Jetzt haben wir es heute endlich geschafft. Und vielleicht für all die Hörer, die den Markenrebell hier im Podcast hören. Du bist Taufpate und Onkel von Katharina, meiner Lebensgefährte. Ja. Und ich freue mich total, dich heute hier im Podcast-Interview zu haben. Und bevor wir so richtig loslegen, vielleicht sag ein paar Worte über dich. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du heute beruflich? Privatperson, also ich bin jetzt 57, also nicht mehr gerade der Jüngste, komme aus dem Tiroler Hochgebirge und habe mich da irgendwie durchgewurschtelt bis nach Wien über verschiedene, also von der Bezirkshauptstadt zur Landeshauptstadt und dann immer so weiter. Ich war auch Rocksänger früher von einer österreichischen Rockgruppe, No Bross. Und die habe ich eigentlich mit 19, also mit 19 war der Sänger, Liedsänger. Und ich habe auch Songs komponiert, also so meine ersten Gehversuche gemacht. Und die Songs, die dann auch im Radio in Österreich gespielt worden sind, was ja sehr erfreulich ist. Und ja, um das abzukürzen und nicht zu weit auszuholen, ich bin nach Wien gegangen, habe dann studiert und am Konservatorium, aber nicht sehr lange, weil ich dann eigentlich ab 83 ständig Kinder gekriegt habe, also mich verheiratet habe, 1982 und ab 83 dann vier Kinder hintereinander bekommen habe, in meiner ersten Ehe, die 18 Jahre gedauert hat. Und in dieser Zeit habe ich mir eigentlich auch alles erarbeitet und aufgebaut, aus dem völligen Nichts. Und ja, jetzt habe ich noch einmal geheiratet, also noch einmal, das ist meine zweite Frau, mit der bin ich jetzt auch schon 18 Jahre zusammen mit der Biggie. Bin sehr glücklich und wir haben aber nur eine Tochter zusammen, die jetzt 14 ist. Und mit der mache ich auch schon Songs, mit der Nelly. Ja, und ich wohne in Wien im 19. Bezirk. Mir geht es eigentlich ganz gut, abgesehen von kleinen Wellenbewegungen, die halt im Leben stattfinden. Aber sonst kann ich eigentlich, habe ich ein Glück gehabt. Sehr bescheiden. Weil ich weiß, dass du es nicht gern hörst, aber man sagt, du bist der Dieter Wohlen von Österreich. Also du hast schon eine enorme Bekanntheit. Und ich würde gerne heute mit dir so ein bisschen diesen Weg beschreiben, wie es dazu kam. Vielleicht fangen wir ganz vorne an, machen wir so einen kleinen Zoom in deine Kindheit. Wann ging das ganze Thema Musik denn so mit dir los? Meine Schwester, Rosi, die hat in den 60er Jahren, so 1965, glaube ich, ein Akkordeon bekommen, ein kleines. Und sie hat, glaube ich, vielleicht fünf oder zehn Stunden draufgespielt. Auf jeden Fall, das Akkordeon ist dann meins geworden, da war ich vier. Und habe mir das Akkordeonspielen selber beigebracht und war total besessen. Also Akkordeon und einfach Musik zu machen, aber jetzt nicht nur Volksmusik, die wir in Tirol gemacht haben, weil wir haben ja eigentlich praktisch nur Volksmusik gemacht und später ist dann der Deutsche Schlager gekommen. Aber da hat es angefangen und dann bin ich bei den Schützen, mein Vater war Schützenhauptmann bei uns in Tirol im Dorf, und mit sieben bin ich dann Trommler geworden bei den Schützen. Mit neun hat dann die Musikkapelle gemeint, also weil ihr Trommler ausgefallen ist, habe ich dann mit neun die Trommel bei der Musikkapelle geschlagen. Das war natürlich schon ganz eine andere Herausforderung. Wir haben richtige Märsche gespielt und Polkas und Walzer. War neun und mit elf bin ich dann zum Flügelhorn gewechselt. Das ist so ähnlich wie Trompete, ein bisschen weicher klingt das. Und mit 13 dann zur ersten Posaune. Und gleichzeitig habe ich mir selbst noch akustische Gitarre beigebracht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich praktisch keine eigenen Instrumente gehabt, die waren immer alle ausgebrockt, die waren alle nie von mir. Und das hat sogar noch ganz schön lang gedauert. Also das hat viele, viele Jahre gedauert und erst ab meinem 30. Lebensjahr habe ich mir wirklich selbst die tollsten Instrumente leisten können und auch gekauft. Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage. Ich meine, du bringst dir das Instrumente spielen autodidaktisch bei. Also ich stelle mir jetzt einfach nur vor, welche Leidenschaft dahinter sein muss, dass du diese Akribie hast. Eine Besessenheit. Ja, genau. Das ist eine Besessenheit. Das ist der Wahnsinn. Du denkst den ganzen Tagen nur Töne und Musik, was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil so kommt man nie auf schlechte Gedanken. Das ist etwas Schönes, die Musik zu denken und sich Melodien auszudenken. Und ich habe mir das selber beigebracht, habe aber dann in der Blasmusik schon Noten gelernt. Das ist schon eine Erleichterung. Und später habe ich ja dann sogar studiert am Konservatorium. Aber gab es irgendwie einen Impuls? Gab es Eltern oder Freunde, die dir das vorgelebt haben? Also gab es irgendwie einen Zugang oder war es einfach da? Ja, den hat es schon gegeben. Also meine drei Brüder, meine drei älteren Brüder, die haben eine Band gehabt und die haben Volksmusik gemacht und die waren schon eine Inspiration. Also das muss ich schon sagen. Die haben auch Instrumente gehabt mit Verstärker, so eine Bassgitarre und eine elektrische E-Gitarre. Das war natürlich auch ganz was Tolles. Und eine Orgel. Also eine, das war keine hämmernde, aber wir haben immer hämmernde Orgel gesagt, weil das war für uns so, wie man jetzt U bezeichnet, also als Klebstoff. Das war einfach eine Orgel und das war dieser Sound mit Vibrato. Und das hat mich schon inspiriert natürlich. Aber habe ich nicht gehabt, meine erste Bassgitarre habe ich mir verdient. Da habe ich am Bau gearbeitet, als Hilfsarbeiter. Da habe ich mir eine Bassgitarre verdient. Die hat damals 1400 Schilling gekostet. Da habe ich vier Monate oder fünf Monate geschuftet. Und der Vater hat mir ein bisschen was dazugelegt. Also ich bin überhaupt nicht gefördert worden. Ich bin aber auch nicht abgehalten worden davon. Ja, sagen wir es so. Also sie haben ja eigentlich, meine Eltern frei, eine lange Leine habe ich eigentlich gehabt. Ich bin nicht sehr streng aufgewachsen. Höchstens streng katholisch, aber nicht streng jetzt, so streng in der Erziehung. Wir haben schon unsere Zeiten gehabt, wo Dinge zu passieren. Wir haben am Feld viel gearbeitet und sobald wir vom Feld nach Hause gekommen sind, habe ich Musik gemacht mit den Instrumenten, die ich gehabt habe. Und habe mir selber aber auch aus alten Waschtrommeln und zerrissenen Schlagzeugteilen noch von meinen Brüdern, die schon 20 Jahre in einem Kellerloch gelegen sind. Und durchgeschlagene Fälle, da habe ich mir wieder ein neues Schlagzeug zusammengebaut selber und habe es dann sogar geschafft. Da war ich neun oder zehn oder elf. Gleichzeitig Trompete, weil da habe ich Trompete gespielt und bei der Blasmusik, da habe ich Trompete gespielt mit der rechten Hand. Mit den Füßen habe ich Schlagzeug gespielt. Und mit der linken Hand habe ich die Bässe gespielt auf dem Akkordeon. Also ich war eine One-Man-Band damals schon. Das war Anfang der 70er Jahre, also 71, 72, sowas herum. Ein wahnsinniges musikalisches Talent. Also wenn ich an meine Versuche denke, Keyboard zu spielen, Blockfüter zu spielen oder so. Toll, dass du zumindest den Raum hattest, dir das beizubringen und dass du die Möglichkeiten hattest und dir selbst geschaffen hast. Also ich bin nicht gelobt worden, weil meine Brüder, die waren alle drei Musiker, also Nebenerwerbsmusiker, die haben nicht selber komponiert. Die haben nur nachgespielt jetzt, nur in Anführungszeichen. Und mein Vater hat das, glaube ich, deshalb nicht gefördert und meine Mutter, weil sie angefangen haben zu trinken. Alle drei Brüder wirklich starke Trinker geworden sind. Und das ist einfach so am Land, wenn man spielt, am Wochenende, Freitag, Samstag oder sogar Sonntag noch dazu. Das ist ein Riesenauflauf im ganzen Tal. Da wird ein Zelt aufgebaut und das ist einfach Saufen. Und mich hat das aber so abgeschreckt. Ich habe das nie angefangen. Für mich war das eine gute Abschreckung, weil ich mir gedacht habe, das mache ich nie, mich zu betrinken. Weil die haben natürlich, der Bürgermeister hat gesagt, spielst du mir dieses Lied? Dann ist einer von der Feuerwehr gekommen, dann ist einer ein Freund gekommen, dann ist noch eine ganze Reisegruppe gekommen und alle haben sich Lieder gewünscht. Und jedes Mal hat es eine Runde Schnaps gegeben. Und ich habe mit denen gespielt und natürlich die Runde Schnaps, die habe ich damals auch als 13, 14-Jähriger sowieso ausgelassen. Aber es hat mich abgeschreckt. Fredi, ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen, weil hier ist nämlich der Ben, der möchte jetzt mal Hallo sagen. Hallo, Onkel Fredi. Ja, hallo, Ben. Das ist aber lieb, dass du mich Onkel Fredi nennst. Das freut mich total. Schön, dass wir uns hören. Ja. Ja. Das ist aber toll. Wo bist du da mit deinem Papa? Wo seid ihr da? Seid ihr zu Hause? Also, der Name ist das, aber ich bin gerade nicht bei meinem Papa. Ich bin hier zu Hause. Okay. Das sitzt hier nebeneinander, oder? Der Ben ist gerade reingekommen. Er weiß eigentlich, dass ich einen Podcast mache, aber jetzt hat er dir einen guten Tag gesagt und jetzt ist er Teil dieses Podcasts geworden. Ja, super, Ben. Das freut mich. Gehst du jetzt der Banni zurück? Ja. Das ist schön. Ja, das ist schön. Kinder heitern das immer auf. Deshalb habe ich auch immer schon als Junge Musik für Kinder gemacht. Ja, und da kommen wir nachher drauf. Deswegen passt es perfekt, dass der Ben hier reingeschwärmt ist. Ja. Das liebe ich einfach. Das Kinderpublikum ist mir das Allerliebste. Das ist immer noch lieber als die Hardrock-Group ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den Schwenk würde ich gerne noch machen, weil ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Jetzt hast du gesagt, dein Elternhaus förderte dich nicht, aber ließ dir zumindest den Raum. Gab es dann irgendwann jemanden in deinem Leben, der das Talent in dir erkannt hat und dich fördern wollte? Förderer, ja. Es hat einen Förderer gegeben, einen Chorleiter aus dem Graunertal, der bei uns in der Schule eben der Chorleiter war. Und der hat eben mein Talent schon entdeckt, weil ich habe alle Stimmlagen singen können und ich habe die Lieder eigentlich nach zweimal vorsingen. Wir haben ja nicht nach Noten gelernt, nach zweimal vorsinning, immer auswendig gekannt. Und ich habe damals auch Akkodeon gespielt und in der Schule und der hat mich auch gefragt, sag, weißt du das, dass hier Tonsprünge sind, dass du hier in eine andere Tonart gehst? Ich habe das alles nicht gewusst, aber ich habe das alles kapiert. Für mich war das wie Lesen, die Musik, ja, wie eine Geschichte. Ja, der Sigi Schmid hat er geheißen, der ist auch sogar, das habe ich im Nachhinein erfahren, zweimal bei meinem Vater gewesen und hat ihn gebeten, dass er mich auf eine Musikschule schickt. Aber mein Vater hat gemeint, es ist besser, wenn ich Koch werde. Und sein Argument war, wenn du Koch wirst, hast du immer was zum Essen. Und mehr haben wir nicht darüber diskutiert. Also wir haben nicht gesprochen, mich hat der Vater nicht gefragt, was willst du werden? Ich habe genau gewusst, dass ich fanatisch besessen bin einfach von der Musik, von jeder Musik. Also mir hat ja damals auch natürlich die ganzen Kirchenmusik, die hat mich irrsinnig inspiriert. Weil bei uns hat es ja keine Molltonarten gegeben in der Volksmusik, das ist ja alles auf Tour, das ist ja alles so fröhlich und dieses Jodelgesang und so, was ja toll ist. Und mich hat fasziniert, einen Schubert messen, die der Organist gespielt hat bei uns in der Kirche, einfach diese Harmonik. Und das habe ich dann auch nachgespielt. Das habe ich auch im Akkoden versucht, alles nachzuspielen, diese Sachen. Und habe einfach begriffen, wie groß die Welt der Musik ist. Damals schon. Und wie ging es dann weiter? Also du hast erzählt, dass du so bis elf Jahre dir Musikinstrumente selbst beigebracht hast. Das ging dann natürlich weiter, bis du dann, ich glaube mit 30, dein erstes Instrument selber kaufen konntest. Wie ging es dann weiter, dass es dann dazu kam, dass du No Bross gegründet hast, eure Band? Ja, ich habe dann noch eine Volksmusik-Kinderband gegründet mit 13 circa und habe eben nebenbei noch Gitarre, Bassgitarre, Posaune, Schlagzeug. Also ich habe mir alles eigentlich beigebracht und selbst beigebracht, aber natürlich jetzt nicht, weiß Gott, wie virtuos, aber ich kann es. Und dann hat ein Bekannter von mir, das ist im Nachbardorf, der hat eine E-Gitarre gehabt und der hat eine Band gründen wollen und da bin ich eingestiegen mit geborgenen Instrumenten. Er hat Instrumente gehabt, da war Sohn einer Familie, die etwas wohlhabender waren und der hat sozusagen von der Mutter die ganzen Instrumente bekommen. Und da habe ich dann Bassgitarre gespielt zuerst und dann später auch Schlagzeug gespielt und dann habe ich auch Gitarre gespielt und habe dann angefangen zu komponieren mit ihm zusammen. Und habe dann auch E-Gitarre gespielt sogar und da haben wir dann ein Konzert gehabt in Innsbruck. Eben das ist jetzt die besagte Landeshauptstadt in Innsbruck ein Konzert und da habe ich schon mehrere Songs gesungen, die von mir waren, die sehr hoch raufgegangen sind. Also von der Range her und dort sind Jungs gesessen aus Innsbruck, die eine Hardrock-Band hatten, die damals Target geheißen hat und haben mich gefragt, ob ich nicht Sänger bei ihnen werden möchte, weil ich war eigentlich nicht Sänger. Ich war eigentlich Gitarrist und habe halt auch gesungen und Trompete aber auch gespielt in der Band. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen Sänger werden wollte und dann bin ich einmal nach Innsbruck gefahren, sogar mit dem Vater. Also mein Vater ist mit mir mitgefahren, sind wir mit dem Zug nach Innsbruck. Und dann haben wir in einem Lokal die zwei Musiker getroffen und dann bin ich einmal zu einer Probe hingefahren. Und das war halt ganz anders, das war halt wie mit die Börbel damals. Und ich weiß noch genau, wie ich die Börbel gehört habe. Übrigens, da ist die Christine, meine Schwester, deine Schwiegermutter, zu mir ins Zimmer raufgelaufen gekommen. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15 und hat gesagt, bitte schalt sofort das Radio ein. Hier ist ein irres Lied im Radio. Und ich habe aufgetreten, da waren dann Smoke on the Water, haben sie gespielt, dafür drei. Und da habe ich gewusst, das hat mich einfach dermaßen berührt. Obwohl das ja immer dasselbe war eigentlich, das Riff. Ich habe mir gedacht, wieso wiederholen die das Riff ständig? Weil ich doch das gewohnt war, nicht immer dasselbe im Loop zu spielen. Aber das war einfach großartig. Und so eine ähnliche Musik haben wir dann gemacht bei No Brows dann, also zuerst Target. Und dann, also zwei waren schon vorher, der Michael und der Klaus waren eigentlich die Begründer. Und ich bin dann dazugekommen. Und dann haben wir erst den Namen geändert. Und dann sind noch zwei Mitglieder dazugekommen zu No Brows. Und erst 1980, also eigentlich schon ein Jahr, als ich eingestiegen war, hatten wir eigentlich schon ganz gute Erfolge und haben uns live ein Publikum erspielt. Und sind dann beim Austro-Rock-Festival aufgetreten. Da haben alle schon geschlafen. Also wir sind da irgendwie das Abstauber-Band. Das letzte, da haben sie gesagt, na gut, ihr dürft auch da spielen. Das war im Burgenland, in Pinkerfeld, Pfingsten, Pfingstwochenende. Und es waren, glaube ich, noch 100 Leute in dieser Halle. Und rundherum haben alle gecampt. Und wir haben angefangen zu spielen. Und nach zehn Minuten war die Halle wieder voll. Also die haben alle aufgeweckt irgendwie. Das haben sie noch nicht gehört gehabt. Das war 1981, muss man sich vorstellen, ja. Also da ist der Hardrock irgendwie erst richtig gekommen. Und anscheinend haben wir das Gefühl, du stehst auf der Bühne. Wenige Menschen, das ist ja erstmal demotivierend, aber wahrscheinlich wart ihr total gut drauf, dass ihr gesagt habt, hey, wir haben überhaupt die Möglichkeit. Und dann strömen die Leute, also ich stelle mir diesen Gänsehaut-Moment gerade mal eben vor. Wie war das für euch? War das letztendlich die Bestätigung, dass die Band funktioniert? Dass das, was ihr anbietet, wirklich gemocht und geliebt wurde? Ja, vor allem da war auch ein Ö3-Moderator dort und ein Manager. Und der hat das gesehen. Das war, glaube ich, das Ausschlaggebende. Weil der hat gesagt, der war fix und fertig. Er hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Und für uns war das grandios. Du bist ein Nobody. Und plötzlich wird die Halle mit 3.000, 4.000 Leuten gefüllt wieder. Und alle wollen nach vorn. Also das ist schon ein tolles Gefühl. Es ist unglaublich. Einfach, man wird gewollt, dass man eigentlich das ganze Leben möchte. Was war das Besondere an der Musik? Also wenn ich dich jetzt mal so als Musikfachmann frage, was war die Alleinstellung? War das einfach eine neue Musikrichtung? Eigentlich nicht, nein. Das war eigentlich eine Mischung zwischen Uriah Heep und Deep Purple. Und es war ein bisschen härter. Es war ein bisschen härter. Aber ich glaube auch, dass wir eine Alleinstellung, wie wir uns erarbeitet haben. Ich habe eine sehr außergewöhnliche Stimme. Ich möchte jetzt nicht angeben. Aber wenn man die Songs anhocht, die ich einfach singe, ich habe eine sehr hohe Lage und die ist aber sehr voll. Also ich glaube schon, dass das ein großer Mehrwert war jetzt bei uns. Einfach die Stimme, dass wir nicht irgendwas gemacht haben. Und ich habe einfach ganz anders geklungen als alles andere. Ich möchte mich jetzt nicht mit meinem Idol Freddie Mercury vergleichen. Aber der ist einfach, jeden Song, den der singt, der klingt einfach gut. Und bei uns war es auch ähnlich. Also alle Songs, die ich gesungen habe, die haben einfach, das hat gleich gegroovt. Ich habe auch meinen Stil reingebracht natürlich, meinen unbefleckten, nennen wir das einmal so. Da ich ja alles gehört habe und alles geliebt habe, habe ich auch meine Phrasierungen und eine eigene Art des Hardrock-Gesangs entwickelt. Und nicht nur nachgesungen jetzt, nicht nur ein Gielen kopiert. Obwohl wir dann die Smoke on the Water auch gespielt haben. Vielleicht kannst du uns eine Tonspur zur Verfügung stellen, dann können wir ja mal so einen Ausschnitt hier reinschneiden. Das finde ich sehr cool. Ja, müsste es irgendwo geben, das müsste ich aber suchen. Weil wir haben ja viele Platten und CDs gemacht. Aber natürlich haben wir nur auf den Platten meistens Eigenkompositionen. Ich müsste schauen, ob das irgendwo drauf ist, ob ich das irgendwo habe, einen Mitschnitt. Ja, vielleicht findest du was. Wenn du jetzt unbedingt Smoke on the Water haben willst oder was von Nordhaus. Dass wir mal so die Besonderheit in der Stimme hören, das fände ich, glaube ich, ganz cool. Ja, okay. Aber wie gesagt, wenn man auf No Bros geht und da gibt es einige Videos davon, dann hört man das auch. Okay, sonst verlinken wir das in den Shownotes, kein Problem. Ja, gibt es auch ein paar gute Beispiele. Wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt auf diesem Festival gespielt mit Gänsehaut und Begeisterung. Wie ging es weiter? Am nächsten Tag in der Früh, also auch in der Nacht schon, oder in der Früh, hat halt der Manager gesagt, Leute, ich check für euch einen Plattenvertrag und drei Wochen später haben wir einen gehabt, einen Plattenvertrag. Und der hat uns auf Ö3 gespielt und ist aber von seinen Kollegen angefeindet worden und von seinem Chef, weil er hat, wir haben im Proberaum mit einem Kassettenrekorder, das musst du dir vorstellen, aufgenommen, unsere Songs. Und der hat das im Radio gespielt in Österreich und damals war ein Monopol, also Ö3, alle haben Ö3 gehocht. Und natürlich sind wir dann schlagartig bekannt geworden, weil wir sind einfach zur besten Zeit, um halb acht am Abend oder um sieben, sind wir gelaufen im Radio. Und das haben einfach Hunderttausende gehört. Und dann natürlich sind die Hallen gefüllt gewesen und dann haben wir sogar einen Hit gehabt mit Be My Friend. Das ist eben eine ganz typische, das ist ein typischer Song, weil du mich vorher gefragt hast, was macht das Besondere aus. Diesen Song hat eigentlich niemand nachsingen können. Sie haben es oft probiert, dann nachdem ich rausgestiegen bin mit anderen Sängern. Es hat nie geklappt, weil einfach die Range fast über drei Oktaven geht. Und das musst du einfach singen. Das geht irrsinnig hoch rauf und es sind Töne, die, wo du eigentlich fast keine Zeit hast, Luft zu holen. Und das ist ein bisschen schwierig zum Singen, aber das ist dann ein Hit geworden. Also in Österreich war er ganz lang unter den Top 5. Also wirklich, ich weiß jetzt nicht genau wie lang, aber lang. Und das Lied kennt jeder und das ist ein Evergreen geworden. Und dann haben wir noch andere Songs auch im Radio gehabt, die jetzt vielleicht nicht so erfolgreich waren. Aber es ist dann gut gelaufen und wir haben dann sogar Europa-Tournee gemacht und haben zuerst in den ehemaligen Ostblockstaaten, also Ungarn-Tournee gemacht. Und dann eine Jugoslawien-Tournee damals noch, also Slowenien, Kroatien, bis ganz herunter, bis Serbien haben wir überall gespielt, in allen größeren Städten. Damals mit Girls School, eine britische Girl-Band. Aus den 80er Jahren, Samson und Girls School, da haben wir so eine Dreierkombination gehabt, immer. Wir haben als Erste gespielt und halt je nach Bekanntheitsgrad. Und dann sind wir auch auf große Festivals eingeladen worden. In Deutschland haben wir auch gespielt, ein paar Konzerte in München haben wir auch gespielt. Und es hat aber dann nicht ganz geklappt mit dem wirklichen Durchbruch. Leider, also mit dem internationalen. Ja, wir haben es dann als Vorgruppe sozusagen auch mit Sechsen Europa-Tournee gespielt und überall gespielt, also Spanien und Portugal, Frankreich, Holland, Belgien. Aber es hat dann doch nicht geklappt, dass wir ganz stark an die vorste Front gekommen sind. Und man muss sich das vorstellen, dass alles ohne Social Media, also knallhattes Management. Genau, das hat es alles nicht gegeben. Da hat es halt Fernsehen gegeben, Monopolsender in den meisten Ländern. Und es ist ja erst dann Ende der 80er Jahre losgegangen mit der Digitalisierung. Aber ja, das war halt live. Und ich habe dann eigentlich auch Ermüdungserscheinungen bekommen und die Fans überall, wo wir gespielt haben, haben gleich ausgeschaut. Das waren hauptsächlich männliche Jugendliche von 14 bis 20, die sich halt den Schädel gegen die Wand hauen wollten. Und es war einfach irrsinnig stressig, auch so weit zu reisen im Bus, 500, 600 Kilometer jeden Tag, wenn du von Brüssel nach Zwolle fahren musst. Das ist nur jetzt ein Beispiel, ja, das sind einfach Strecken. Und dann musst du am Abend mit Fieber auf die Bühne und dann haben wir auch intern Probleme gehabt. Und es hat dann Eifersüchteleien auf mich gegeben, weil halt die Leute mir Interviews machen wollten, wenn wir jetzt in der Tschechei beim Bratislava Lyra aufgetreten waren, weil ich halt der Sänger war. Und mir ist dann das verboten worden. Und dann habe ich, bin ich eigentlich, mein Gott, da war ich ja noch jung und habe dann gemeint, ich höre jetzt auf und wollte dann eben studieren. Und bin dann auf das Konservatorium, habe die Aufnahmeprüfung geschafft für das Konservatorium in Wien und habe dort einfach dieses, was aus der Kindheit und diese Inspiration der Kirchenmusik und auch der Klassik, hat mich einfach total interessiert. Einfach dieser Spektrum, wie groß die Musik ist, ja, das ist ja wie bei Ärzten. Vom Orthopäden bis zum Zahnarzt, bis zum Hautarzt, das gibt es ja bei uns auch alles in der Musik. Ja, von der Volksmusik über die Klassik, über den Jazz, das ist völlig anders. Das ist miteinander verwandt, aber es sind total verschiedene Richtungen und das hat mich einfach interessiert. Und da habe ich dann auch meinen Weg eingeschlagen in die Filmmusik und habe dann das Glück gehabt für einen ganz erfolgreichen Film, Müllers Büro, der auch in Deutschland ein Hit war in den 80er Jahren, besonders in der DDR, die meisten Titel zu komponieren. Das war mein erster richtig großer Erfolg und dann natürlich im ORF als Sounddesigner angefangen und ja, habe dann irgendwie das auf die Reihe gebracht, dass ich verschiedene Musikstile, mir gefällt ja alles, alles was gut gemacht ist, das unter einen Hut zu bringen und das ist dann eigentlich meine Stärke geworden. Ich bin dann nicht mehr Sänger gewesen. Ich habe dann zwar noch, auch noch eine Soloplatte gemacht nach No Prost, ist sogar in Österreich ein Hit geworden. Die hat Day After Day geheißen, also kam auch nach, gibt es auch auf YouTube. Aber was für ein Game Changer, ja. Also ich meine, von der Band wirklich Musiker, Sänger hin zur Filmmusik, das sind ja zwei verschiedene Welten. Da nützen dir die Netzwerke, die du jahrelang aufgebaut hast, gar nichts. Ja, du fällst ja von null an. Nein, ich habe überhaupt, wie ich nach Wien gekommen bin, ich habe null Netzwerk gehabt. Und das Hardrock-Netzwerk, das war nicht wirklich eines. Ja, das ist eine komplett andere Sache. Wie hast du das dann aufgebaut? Wie hast du dich bekannt gemacht oder wie wurden die Leute auf dich aufmerksam? Nein, ich bin nach Wien gekommen und habe einfach alles probiert. Also ich habe bei Werbeagenturen, ich bin, ganz exakt kann ich es nicht sagen, bis zu circa 50, damals hat es noch ganz viele Werbeagenturen in Wien gegeben. Ich habe mit einem ganz alten Revox-Gerät Demos produziert und habe dann versucht, in der Werbung Fuß zu fassen, weil ich musste ja auch ein Geld verdienen. Ich habe dann Kinder gekriegt und so und habe eigentlich praktisch nichts verdient und meine damalige Frau hat mich erhalten. Ich bin dann Hausmann gewesen, war zwei Jahre zu Hause und haben Gott sei Dank, ich habe in eine Familie eingeheiratet, die ein Klavier gehabt haben. Also es war wieder ein ausgebrochenes Instrument, war wieder nicht meins. Aber auf dem habe ich dann Klavierspielen gelernt, weil vorher habe ich, ich komme ja vom Akkordeon, also die rechte Hand habe ich beherrscht, aber die linke nicht. Und es ist doch anders. Und ja, da habe ich Demos gemacht und bin zu Werbeagenturen eben zu circa 50 persönlich hingegangen. Und bei einer Werbeagenturen haben sie gesagt, okay, du kannst einen Spot, du kannst ein Layout abgeben für Philips. Das war natürlich ein Wahnsinn. Und dann habe ich einen Werbespot gemacht für Philips und habe dann eigentlich von denen alle Aufträge gekriegt. Die wollten dann nur mal von mir die Musik haben. Ich habe damals noch ein Studio angemietet von bekannten Musikproduzenten, übrigens auch vom Falco-Produzenten, der mich auch ein bisschen gefeatured hat. Der Robert Bonger. Und bei dem war ich dann im Studio. Da bin ich mit dem Mofa gefahren, mit meinem Keyboard hinten drauf. 40 Kilometer, habe Angst gehabt, dass man nicht der Tank leer wird und bin dorthin gefahren und habe dort den Philipspot gemacht und wieder nach Hause. Und ja, so ist das einfach gegangen. Und so hat das eine andere. Und dann beim ORF, da habe ich Kinderlieder gemacht für eine Bilderbuchpräsentation für Kinder. Und da ist auch einer vom ORF gesessen, vom Kinderprogramm. Und der hat gesagt, das gefällt mir so gut, kannst du uns nicht eine Kennung machen. Wir haben einen Frosch, der immer das Wetter ansagt. Kannst du uns da eine Melodie machen. Und dann habe ich da einen 20. Kinder gemacht. Und das ist sehr gut angekommen. Und dann wollten die das auch eine ganze LP machen, nur mit Kinderlieder. Das habe ich dann auch gemacht. Und das ist dann im ORF. Dann hat ORF Videos dazu produziert. Und dann bin ich eigentlich, das war 1985, als ich gleichzeitig im Konservatorium war und Müllers Büro gemacht habe, habe ich dann diese Kinderliederplatte auch gemacht. Und die ist ständig gespielt worden im Fernsehen. Also mit Videos vom ORF als Pausenfüller. Vor der Zeit im Bild und so, das hat es damals noch gegeben. Also, dass man, wenn einfach eine Sendung zu früh aus war, dann hat man eben den Drei-Minuten-Song gespielt von mir. Und das war natürlich Wahnsinn, weil ein enormes Publikum ich erreicht habe. Und so habe ich sehr viele. Und dann mit Müllers Büro wieder, obwohl da ist mir eigentlich etwas sehr Böses widerfahren mit der Filmmusik. Der war der meistgesehene Film in Österreich überhaupt. Und ich habe die meisten Titel dafür gemacht. Und es ist eigentlich nur der Produzent aufgeschieden in der Zeitung immer und ist groß draufgestanden. Und in der Zeitung, das war sehr schmerzlich für mich, weil ich sozusagen totgeschwiegen worden bin, obwohl die meisten Titel von mir waren. Das war immer eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Aber ich habe Gott sei Dank diese Werbeaufträge gehabt. Ich war schon im ORF drinnen und ich habe dann schon andere Filmmusikaufträge gekriegt. Also ich habe das gut überlebt und bin immer dran geblieben. Ich war immer verlässlich und pünktlich und Grundvoraussetzung. Und ich habe mich auch mit vielen, ganz vielen Kunden einfach auch angefreundet. Die haben mich gemocht und nicht sie. Und ich bin auch ein Mensch, der... Ich mag Leute einfach total. Es gibt nichts Spannenderes als Menschen. Und wenn ich schon einen Menschen sehe, wie er angezogen ist und wie er geht, das ist schon faszinierend, weil jeder hat was für sich. Und wenn dann jemand noch etwas Gescheites sagt oder etwas Witziges oder Lustiges, das taugt mir einfach. Begegnungen sind für mich ganz wichtig. Und ich glaube, dass das auch ein großer Vorteil war, dass ich halt einfach kein Menschenhasser bin, sondern, dass ich die Menschen immer gemocht habe, vorbehaltlos. Egal, wem ich begegnet bin. Und ich glaube, dass die Leute das auch gespürt haben. Auch speziell meine Auftraggeber und die haben alle immer irrsinnig gerne mit mir zusammengearbeitet. Und ich habe dann im ORF praktisch in den 90er Jahren fast alle Fernsehkennungen, also 80 Prozent waren von mir. Ich habe in der Woche 15 Signations gemacht. Und dann später ist dann auch die ARD gekommen. Für die ARD habe ich ja auch das ganze Corporate Design gemacht, also 1999, 2000, die ganzen Werbe-Breaks, ganze Corporate Design, Polizeiruf 110, die ganzen Kultursendungen. Das ist ja alles von mir, diese ganze Vorspannmusik. War von mir, jetzt ist es inzwischen schon geändert. Der Polizeiruf 110 rennt immer noch von mir. Sehr cool. Und andere Sachen. Aber ja, dadurch, dass ich diese Vielfalt und diese Liebe zu jeglicher Musik habe, fällt es mir ganz leicht, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche einen Marsch. Habe ich zum Beispiel letztes Jahr einen Marsch für eine Blasmusikkapelle geschrieben. Und der ist sogar super angekommen. Ja, und dann hat die Polizeimusik in Wien am Rathausplatz vor 20.000 Leuten gespielt. Also ich habe das noch nie vorher gemacht. Aber der Typ zu mir hat gesagt, kannst du einen Marsch komponieren? Ich habe gesagt, ja, mache ich dir. Und dann haben sie mir noch das goldene Verdienstzeichen verliehen, auf das hinauf. Ja, also es fließt einfach aus mir heraus. Es ist wurscht, was es eigentlich ist. Ob ich jetzt mit dem Orchester in Ungarn aufnehme oder mit alpenländischen Freunden Volksmusik mache. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in einer der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht es weiter hier. Ja, man hört auch die Leidenschaft. Und ich habe es ja auch erlebt, als ich dich das erste Mal gesehen habe oder wir uns getroffen haben, war das genau das, was du gerade beschreibst, so ein vorbehaltloses Begegnen. Ja, und was ich so in dir gespürt habe, war so diese Neugier. Wer ist das? Ja, genau. Und was mich auch fasziniert ist, nachdem du jetzt gesagt hast, hey, ich produziere, ich bin kreativ und dann steht aber nicht mein Name mit dabei. Dann ist es ja oft so, dass Menschen sehr verbittert werden und sagen, hey. Aber es hat dich offenbar überhaupt nicht in deiner Persönlichkeit sogar. Genau, ja. Schau, als Kind haben Sie mir auch immer gesagt, eben in dem hochalpinen Bauerndorf in Kauns, um das beim Namen zu nennen, wo ich aufgewachsen bin, ich war das gewohnt. Und ich habe gespielt, habe Musik gemacht und habe all die Jungs zusammengetrommelt aus dem Dorf und habe denen versucht, Instrumente beizubringen, dass sie mit mir mitspielen können. Und das haben mir oft die Bauern zu mir gesagt. Der ist gerade vom Stall rausgekommen mit einer Kübel voll Milch und hat gesagt, meine Kühe geben keine Milch mehr, weil du so furchtbare Musik machst, aber im Ernst. Oder ich habe schon Sachen erlebt, oder lass dir die Haare schneiden. Das ist eine Katzenmusik, die du machst. Oder wie ich in einer Lehre war, einmal haben sie mir verboten, dass ich Gitarre spiele im Zimmer, weil ich habe eine Stimme wie ein Reibeißen, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also mich haben diese Sachen angesprochen. Nicht, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es jetzt denen zeigen oder mich rächen. Ich habe ja sogar nachher manche getroffen von diesen Menschen, die eigentlich nichts von mir gehalten haben, die dann ganz lieb zu mir waren und so. Wo denen ich aber nicht gesagt habe, du warst eigentlich einmal ziemlich mies oder so. Das ist an mir alles abgeperlt. So wie an einem Fisch das Wasser. Es hat mich schon nachdenklich gemacht, natürlich. Aber ich habe eine Stärke daraus entwickelt. Und deshalb sage ich, ich bin im Schatten aufgewachsen eigentlich. Ich bin ein Schattengewächs. Ich komme nicht aus der Sonne. Ich habe überhaupt keine Unterstützung gekriegt und bin auch stolz darauf, dass ich mir alles selbst erarbeitet habe und in Österreich sehr viel Steuer zahlen kann oder die letzten 30 Jahre bezahlt habe. Interessant ist ja auch, wir Menschen sind ja aufgewachsen, sage ich jetzt mal so pauschalisiert, indem wir gelernt haben zu bewerten, weil wir selber zum Beispiel in der Schule bewertet wurden. Und jetzt stelle ich mir vor, du schaffst es, den Mut zu haben, auf die Bühne zu gehen und etwas zu präsentieren, was kreativ ist und dich gleichzeitig der Bewertung anderer auszusetzen. Also das heißt, das muss man erst mal bringen. Im stillen Kämmerlein ist man natürlich frei von solchen Äußerungen wie Reibeisenstimme oder sonst was. Aber wirklich da rauszugehen und zu sagen, hey, ich will euch was geben und du dann natürlich auf Menschen triffst, die das nicht annehmen können oder die noch einen blöden Kommentar dazu abgeben. Passt nicht in die Welt. Aber ich kann dir sagen, ich habe dann bei Wettbewerben mitgemacht. Ich habe dann beim Tiroler Schlagerwettbewerb mitgemacht. Ich war 17 und wieder mit einer ausgebogenen Gitarre von meiner Schwester, auch von der Rosi, die hat dann eine Gitarre später gehabt. Und da habe ich einen Song eingeübt von Chris Norman, egal jetzt welchen, einen Song eingeübt mit einem Duett und wollte das mit einem Mädchen, in die ich ein bisschen verliebt war, mit der zusammen singen. Der hat auch singen können. Sie hat die zweite Stimme gesungen, nicht die erste. Hätte deshalb, weil sie hat mir dann drei Tage vorher abgesagt. Gut, jetzt habe ich einen anderen Song machen müssen, habe mich aber zu dem Schlagerwettbewerb schon angemeldet gehabt. Mein Vater hat mich nach Ims gebracht, das ist ein Dorf. Und dann ist es weiter nach Reute gegangen. Und in Reute war dieser große Wettbewerb. Ich bin da ganz allein hingefahren und bin mit der Band dort, habe einen Song gemacht und habe dort den Soundcheck gemacht mit denen. Und die haben gesagt, du musst unbedingt noch einen zweiten Song dazu üben, weil das ist ein Hammer, wie du singst. Du wirst sicher gewinnen, haben die gesagt, die Begleitband von dort zu mir. Und dann haben wir noch einen zweiten Song eingeübt und dann war am Abend die Veranstaltung und ich bin als erster aufgetreten. Und das war ganz schlimm, weil ich habe den letzten Preis belegt. Den letzten habe ich gemacht von allen, musst du dir vorstellen. Ich habe einen unpopulären Song gehabt, aber das Publikum und die Chirie, die wollten mich nicht. Und ich weiß noch, die Rosi, meine Schwester, die war auch dabei, die hat mich dann abgeholt. Meine Eltern sind gar nicht gekommen, sonst ist niemand gekommen. Es hat sich eigentlich niemand interessiert. Die Rosi hat mich dann abgeholt mit ihrem Mann und die hat bitterlich geweint. Ich habe gesagt, Rosi, ich schaffe es schon. Mach dir keine Sorgen. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß, was ich kann und ich habe immer an mich geglaubt. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe den letzten Preis und sie hat im Auto nur geheult, die ganze Strecke bis nach Hause. Und das waren, so weiß ich, 60, 70 Kilometer durch die Berglandschaft. Und mich hat das nie zweifeln lassen. Nie. Keine Sekunde. Ich habe immer sofort wieder weitergemacht. Und dann habe ich auch mitgemacht bei Schlagerwetter, bei Wettbewerben im Bezirk. Und die habe ich dann gewonnen oder bin Zweiter geworden, bin total unvorbereitet hin. Habe mit irgendeinem Instrument, das Tor gegeben hat, gespielt. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich komme irrsinnig gut an. Und meine Stimme kommt gut. Und ich bin authentisch und weitergetan. Mit Mut. Immer. Ja. Woher hast du die Kraft genommen? Ich meine, das, was uns ja eigentlich als Schlimmstes passieren kann, ist ja Ablehnung. Also das können wir ja so als Menschen per se, damit können wir ganz schwer umgehen, weil unser innerstes Bedürfnis oder eines der wichtigsten Bedürfnisse, die wir haben, ist, bedeutsam zu sein. Wie hast du es geschafft, mit dieser Ablehnung umzugehen? Wie kam es zu diesem starken Selbstbewusstsein? Also ich habe mir das ja auch schon überlegt, mehrmals sogar. Und ich glaube, das ist auf meine Mutter zurückzuführen, auf mein kleinkindliches Leben, nennen wir es einmal so. Und ich kann mich einfach erinnern, die Mutter hat mich wahnsinnig geliebt. Die hat mich immer gestreichelt. Am Abend hat sie mich zu Bett gebracht und hat mich immer gestreichelt. Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde lang über die Haare. Schön. Und hat mir Geschichten erzählt und hat mich im Arm gehalten. Ich kann mich noch erinnern, dass ich klein bin und dass mich meine Mama im Arm hält und dass sie mich ins Bett legt. Das habe ich noch, diese Erinnerungen. Urvertrauen. Ja, genau. In der Früh hat sie mich aufgeweckt und hat mich gestreichelt. Und ich habe auch vom Vater, der Vater hat schwere Zeiten erlebt und war ganz schwer krank. Und da sind wir immer beten gegangen in die Kirche, meine Mutter und ich. Und ich habe ein ganz enges Verhältnis gehabt zu ihr. Und sie hat mir dazu eine Kraft gegeben. Und der Vater hat mir auch Liebe gegeben. Ich habe eine Ohrfeige bekommen von ihm im Ganzen. Sonst war er eigentlich ein guter, zuverlässiger Vater, obwohl er mich nie gelobt hat. Das hat er mich nie. Ich habe nur erfahren, dass er später dann, wie ich in den Charts war, dass er dann mit den Zeitungsartikeln rumgefahren ist im Auto und überall die hergezeigt hat. Dass er schon stolz war, aber mir hat das nie gesagt. Aber ich habe das schon gespürt. Und die Mutter, glaube ich, hat mir einfach ein Fundament gelegt. Das war unerschütterlich. Ja, schön. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Grundlage, die wir Eltern unseren Kindern einfach mitgeben können. Und deshalb, ein Satz noch dazu, und deshalb habe ich das bei meinen fünf Kindern auch so gehalten. Ich habe sie immer ins Bett gebracht, trotz wahnsinnig viel Arbeit und zehn Aufträge gleichzeitig, Großaufträge, und habe sie immer gestreichelt. Und ein Sohn hat mir sogar mal von der Schule eine Feder mitgebracht und hat gesagt, Papi, ich habe eine Feder mit, heute streichelst du mich mit der Feder. Da habe ich ihn müssen gekriegt. Also ja, nur ein Zusatz noch. Ja, das ist toll. Das ist einfach sehr liebevoll und gerade für Männer ein Thema. Ja, also ich glaube, man kann mit dieser Podcast-Folge vielleicht auch die Botschaft so ein bisschen transportieren, dass auch wir Männer uns einfach die Zeit nehmen und dieses Liebevolle uns einfach bewusst machen und das an unsere Kinder weitergeben. Wenn man es selber gekriegt hat. Dass man nicht nur funktioniert. Es gibt natürlich schlimme Fälle, wo Misshandlungen aller Arten stattfinden bei Kindern. Das ist dann schon sehr schwer. Aber selbst die haben die Möglichkeit, durch Therapien sich auch zu heilen. Ja, wenn man will, muss man es selber auch wollen und man muss die Themen einfach angehen. Das ist wichtig. Aber natürlich in erster Linie, ich mache für das ganze ORF-Programm, vielleicht für die nicht-österreichischen Zuhörer, das ist der staatliche Fernsehsender bei uns. Da gibt es ein Kinderprogramm, das heißt Okidoki. Unser Mastermind ist der Thomas Brezina, der sehr viele ganz tolle Bücher schreibt und wir machen zusammen seit, also ich mache seit 1992, muss man sich vorstellen, für das ganze Kinderprogramm inklusive Musikdesign. Also seit 1992 mache ich für das österreichische Fernsehen mit dem Thomas Brezina zusammen das Kinderprogramm. Er schreibt alle Bücher und ist Präsentator und ich mache die Musik dazu. Und seit 1992 mache ich das ganze Corporate Design schon für das Kinderprogramm und jetzt machen wir sehr viele Fernsehserien, auch für den Kicker. Also für den Kicker machen wir eine Kochsendung, die heißt Schmatzo und eine Wissenssendung, die heißt Knallgenial. Da sind wir auch sehr froh, dass das auch in Deutschland die Kinder uns sehen können. Aber ich habe auch eine tägliche Kinder-Karaoke-Live-Show in der Früh im ORF, wo ich mit den Kindern, also das Kinderprogramm ist für mich wahnsinnig wichtig. Abgesehen davon, dass es wirtschaftlich mein Haupteinkommen ist, mache ich das unglaublich gern und ich habe schon als Kind und als Jugendlicher und wie ich meine ersten Kinder bekommen habe, immer Kinderlieder gemacht, weil auch diese einfachen Melodien, die sind ja sehr schwer. Wenn du dir jetzt alle meine Entlein anhochst, das ist ja nur eine Tonleiter, die rauf geht. Aber sowas nachzumachen, sowas Einfaches zu machen und reduzieren auf den Punkt zu bringen, das macht zum Beispiel auch ein Hit aus. Und in der Jazzmusik ist das irrsinnig kompliziert. Du hast halt in vier Takten 40 Töne drin und die kannst du einfach nicht nachvollziehen. Das kann einen Mut schaffen, aber du kannst das nicht nachvollziehen. Und das ist halt bei den Kindern genau das Gegenteil, dass man mit einfachsten Mitteln, also nur mit der Gitarre und mit der Stimme und mit einem sinnvollen Text oder mit einem Gute-Nacht-Lied, was man da bewirken kann bei Kindern. Und das ist einfach großartig und faszinierend. Und ich habe auch jetzt den ganzen Sommer jeden Tag eine Frühsendung gehabt im ORF, im Fernsehen. Du bist richtig zur Marke geworden. Das heißt, dich kennt man einfach auch. Ja, Freddy und die Willen. Ja, genau. Ja, stimmt. Kinder kennen mich auch. Also wenn ich in den Prater gehe, bei uns, das ist so ein Vergnügungspark, da kann es schon sein, dass so, wenn eine größere Gruppe an Kindern, und dass sie wirklich schreien von der anderen Seite, Freddy, hallo, Freddy. Und das ist so süß, weißt du? Das ist so schön, weil die mich mögen einfach. Die mögen mich und die mögen das, was ich mache. Und die sind nicht falsch. Das sind keine Schulterklopfer, die heute bei dir sind, wenn du oben bist, sondern die Kinder. Ja, auch das Drehen mit den Kindern, das ist ja auch ein Wahnsinn. Wir haben ja 80 Clips gedreht da mit den Kindern und diese Surren rundherum. Und ich glaube, diese Energie, das kommt auch rüber. Die wir haben, weil wir treffen uns ja schon vorher und sprechen und die freuen sich einfach und wir reden über alles Mögliche und haben einen irrsinnigen Spaß und mögen uns einfach. Und deshalb kommt das auch gut rüber. Und das war in den ORF-Shops sieben Jahre lang Platz eins, also in den österreichischen meistverkauften ORF-Shops jetzt, nicht in den allgemeinen Chars, aber ORF-Shop passt in ihrer Platz eins und die DVD, ich glaube, fünf Jahre Platz fünf oder so. Also wir haben da immer einen Vorderstelstel. Ich glaube, es ist immer noch drinnen, obwohl das schon zehn Jahre her ist, wie wir das gestartet haben. Es war 2008 und es ist sieben Jahre lang, jeden Tag muss man sich vorstellen, im Fernsehen gelaufen. Also es haben alle gesehen, alle, die Kinder haben in Österreich, kennen das. Es ist für mich einfach auch so eine Freude zu sehen, was du für einen Spaß dabei hast. Also wenn man so ein bisschen über dich recherchiert im Internet, findet man das ja alles. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Wir werden so ein paar Links mal in die Show Notes packen. Friedi, ich habe noch so eine kleine Quick Q&A Session mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest einfach nur in einem Wort und an einem Satz, was dir dazu einfällt. Okay? Oh, schwer. Reduktion. Du weißt ja, die einfachen Dinge sind die schwierigsten. Ja, ich weiß, das sind die schwierigsten. Ja, genau. In einem Satz, was ist deine Mission? Meine Mission, ich will mich nicht überbewerten. Wir sind so wahnsinnig viele Milliarden Menschen auf der Welt. Meine Mission ist, Künstler zu sein, Vater zu sein und Liebhaber zu sein. Schön. Jetzt meine Lieblingsfrage. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Kochen. Sehr gut. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Freddy. Einfach Freddy. Welcher Moment oder Rat hat da einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Behandle deine Frau gut. Das hat mein Vater zu mir gesagt, wie ich ausgezogen bin und nach Wien übersiedelt bin. Sei gut zu den Frauen. Ja. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Geh freudig auf Menschen zu. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Also ich bin ein Dostoyevsky-Fan. Schuld und Sühne. Pack mal mit in die Shownotes. Und welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du selber hier gerne mal hören zum Thema Marke oder Digitalisierung? Da könnte ich mir vorstellen, den Thomas Breziner, meinen langjährigen Partner. Der wird das auch sicher gern machen. Wenn ich es ihm sage, der hat jetzt gerade sein neues Buch rausgebracht und ist seit heute auf Platz 1 in den österreichischen Buch-Charts. Und dann, wen könnte man dann noch nehmen? Wen möchte ich noch hören? Vielleicht gibt es ein gescheites Kind, das ein Interview Das fände ich sehr cool. geben möchte. Eins hatten wir heute schon im Podcast. Aber vielleicht hast du noch ein gescheites Kind. Ja, ein Kind einfach. Ja, kommt halt drauf an, was für Themen. Wer fällt mir sonst noch ein? Man kennt natürlich wahnsinnig viele Künstler, aber jetzt auf die Schnelle wüsste ich nicht. Ich kann mir was überlegen, wenn du so etwas möchtest, dass ich das checke oder organisiere, dann kann ich mir was überlegen. Ja, wenn du drei spannende Menschen haben willst, das kann ich machen. Die zwei sind doch schon mal spannend und über den dritten tauschen wir es einfach mal aus. Fredi, vielen Dank für dieses Interview, für deine Zeit. Ich würde dich jetzt noch bitten und dir das Schlusswort übergeben mit der letzten Frage. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Viel Liebe geben, dann kriegt man viel. Also aus buddhistischer Sichtweise. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück und du bist dein Spiegelbild. Und wenn du eine gute Energie aussendest, dann bekommst du die auch zurück. Egal, ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder auf der Bühne. Wurscht. Wenn du was Gutes kochst, dann schmeckt es den Leuten. Und wenn du was Schlechtes machst, dann wollen sie es nicht essen, würde ich jetzt mal sagen. Genauso lassen wir das stehen. Herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Gespräch. Danke dir, Norman. Danke. 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 Tschüss.